Ich bin schön, natürlich darfst du nicht streichen. Ja, das ist die Handtasche, da wird was drin ist. Ich hab solche Angst, ich hab solche Angst. Leckerlis. Ach Schänzelein, das musst du doch nicht haben. Nein, nein, nein. Darum bist du doch in guten Händen. Naja, komm, da waren wir uns hier drin. Ich kann ihn nie allein lassen. Da, wo ich bin, möchte er sein. Das war nicht glücklich, das war doch echt. Wir haben jetzt fünf Jahre und wir waren in acht Wochen noch hier. So, ich kenne das. Ja, ja, ausweichen Sie. Bitteschön. Immer wieder ausprobieren, immer wieder mit dabei sein, bitte. Drei Spiele über uns sofort, freie Auswahl. Ja, der ist dabei, der macht wieder mit hier. Ja, wollen wir noch fahren zu mir? Na, so. Kommen Sie her, sind Sie dabei, es darf wieder mitgemacht werden, meine Damen und Herren. Mitspielen bitte, ja. Nein. Hier ist das große Auswahlspiel für Sie, da muss man dabei sein, da muss man immer wieder mitmachen. Ja. Den nächsten tollen Treffer hier mit nach Hause nehmen, jetzt wieder Wischspieler sein, bitte. Ja. 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 Meine Damen und Herren, die schaut doch so. Wollt ihr mehr? Ja. Immer wieder mitspielen, immer wieder mitmachen, bitte. Nein, zu leisen, wollt ihr mehr? Ja. Na los, ich will eure Hände sehen, alle Hände nach oben, die Hände, 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 Oh!